Wir feiern den 40. Geburtstag von Acer. Das Aspire F15 gibt's jetzt als Expertenangebot der Woche für nur 599 Euro und mit einem zusätzlichen Garantie-Jahr. Ein leistungsstarkes Multitalent in schickem Schwarz. Das Acer Aspire F15 erfüllt alle Ansprüche an ein vielseitiges Notebook. Der 15,6 Zoll große Bildschirm mit LED-Backlight stellt Inhalte und Medien in Full HD dar. Das matte Acer Comfy View Display verhindert dabei störende Hintergrundreflexionen. Wichtig ist bei einem Laptop natürlich, was drinsteckt. Beim Aspire F15 ist das ein Intel Core-Prozessor der siebten Generation, der mit 2,5 bis 3,1 GHz taktet. Hinzu kommen eine dedizierte Nvidia GeForce 940 MX Grafikkarte mit 2 GB GDDR5 VRAM sowie 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher. Und auch für eure Daten ist mit der 128 GB großen SSD und der 1 TB großen Festplatte reichlich Platz. Und natürlich könnt ihr weitere Speichermedien über die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten mit dem Notebook verbinden. Ein USB 2.0, zwei USB 3.0 und ein USB 3.1 Type-C-Slot ermöglichen schnelle Datenübertragung. Ebenfalls integriert sind ein HDMI-Anschluss, ein SD-Kartenleser und ein DVD-Laufwerk. Als Betriebssystem ist Windows Home 10 ebenso vorinstalliert wie die Anwendung Acer Care Center, Acer Portal und Acer Power Management. Bedient wird das Aspire F15 über die komfortable Acer Feintip-Tastatur und das Multi-Gesture-Touchpad. Als Bonus ebenfalls mit dabei ist das Microsoft Bundle Starter Kit mit allen Office-Programmen. Und das alles steckt in einem robusten Metallgehäuse in schickem Schwarz. Das Acer Aspire F15 ist jetzt für nur 599 Euro bei Expert erhältlich. Übrigens, weil Acer gerade sein 40-jähriges Jubiläum feiert, könnt ihr euch über ein zusätzliches Garantie-Jahr freuen. Insgesamt 3 Jahre Acer Care Plus gibt es, wenn ihr euer neues Notebook bis spätestens 28. Februar online unter goacer.com slash Geburtstag registriert. So, wenn ihr euch das Aspire F15 direkt holen wollt, dann klickt doch mal hier, da gelangt ihr direkt zum Angebot auf expert.de. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft unsere Angebote nicht. Bis zum nächsten Mal.